Hallo Leute und zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 Heute sind wir Welt 6 Eine Eiswelt Ganz wie in Eis für 6 Oh Gott, man rutscht ja überall weg Super D&D vorbeikommen Oh Mann, ich dachte kein Damage Durchdamagen D&D vorbeikommen Oh Gott Guck mal Dann hau diese Kackflub einfach weg Das war das sinnvollste von allen Guck mal 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 Da 60 Guck mal Das ist keine Waffewelt? Das ist wieder eine... Die Flugblätter hat man letztes Mal abgeschlossen. Ach du Scheiße. Hilfe. Komm. 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 Oh, komm! Okay, lass mal den Block da um ein Block sein. Wir haben es geschafft! Ey Junge, das war doch super Junge. Voll easy. So, hier haben wir den Hammerbruder-Kampf. Na komm springt du mit da hoch. So, oh wir kriegen noch einen Hammer, nice. So. Pick a box, it's contents will help you and you may. Verdammt, nur Pilz. Okay, eine Sache möchte ich jetzt mal nachgucken, wo wirklich diese Röhre da... Wofür die nochmal auch nicht hin? Die sind jetzt scheiße Bauer. Ja gut, hier hin. Oh, den haben wir aber jetzt ja gesporen. Oh Gott. Vielleicht müssen wir das Schloss jetzt durchbauen. Ach du meine Güte, was geht denn jetzt ab? Ah, das war doch Schloss. Ja, ich erinnere euch. Ich störe über die Niveau rein, ja. Verdammt. Also, ich schließe dich rein. Das Schloss da halb Nordheim Zeige. Da kommt ein Böds raus. Ich weiß nicht, warum man den mal kriegen soll. Genau. Und gleich geht's nach unten. Los, nach oben erstmal. Jetzt geht's nach unten. Ich glaube, da konnten wir sogar runterspringen. Ich glaube, wir müssen das schon schaffen. Sonst kommen wir nicht weiter. Danke, Spiel. Ich glaube, man konnte sogar runterspringen jetzt. An der Stelle. Genau, wir können die runterspringen. Ach, da wollen die Türen. Gibt mir den Pilz. Ja, danke, Spiel. Oh, was ist denn jetzt? Oh, bum bum, ist schön. Bum bum ist schon da. Oh, wunderbarer Bum Bum Kampf. Wunderbar. Ah, wo führten die auch hin? Ist das mein Achmabbruder? Ich glaube, ich muss den Beschluss abschließen. Dann bin ich bestimmt da am Weg. Ich glaube, ich muss den Beschluss abschließen. Feuer wieder klar. Was geht denn hier wieder ab? Hallo, ihr. Oh, ein Drecksteil, ihr Junge. Na, Spiel, da hättest du doch ein... Oh, nee, das ist so geskant. Die Pilze sollten zuhören. Das ist nicht mal ein Pilz, das ist nur ein Banner. Und wir haben es gekriegt. Ohne Probleme. Ohnein, noch ein Kettenhund. Im Först 2. Noch ein Leben. Zwei Leben hätte ich gekriegt. Cool. Ah, ein Karpenspiel. Nice. Hallo, Karpenspiel. Ah, halt. Ja, das war ja das alte noch. Das war auch so verkackt. Na gut, wir haben jetzt Huf machen müssen. Wir werden für das Pilzhaus. Okay. Okay. Ohnein. Ich glaube, ich weiß nicht, das war ganz viel das Level. Ja, danke, Spiel, dass wir direkt eine Periandia-Pflanze in Osch. Genau, wir müssen nämlich irgendwo da hochfliegen. Was ist das Level, wo ich oben hochfliegen musste? Ohnein. 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 Nochmal. Wir brauchen ein Tanuki erstmal, da muss man glaube ich hochfliegen. Oh hat er mich ernsthaft erwischt, oh komm du hatte das nicht. Jaja. Oh hat er mich ernsthaft erwischt? Ich fahr das nicht. Boah. So lass mich auch hochfliegen. So. Wo muss ich denn hoch hoch? So. 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 es muss doch ganz hinten sein dann ja Ich muss auf jeden Fall mit dem Block nach oben fliegen. Ich muss auf jeden Fall mit dem Block nach oben fliegen. So geht es um den Block wegzumachen? Ne, hier kommen wir in die Klöden an. Kommt, lassen wir das Teil abmachen. Wir müssen jetzt auch noch machen müssen. Wir müssen jetzt auch noch machen müssen. Ein Power abholen. Ganz wichtig ist ein paar Blöcke stehen lassen. Wir müssen jetzt noch ein paar Blöcke geben. Wir müssen jetzt noch ein paar Blöcke geben. Tiff? Nur Feuerblume? Tiff? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020